Herzlich willkommen. Es ist wohl den meisten bekannt, dass man mit Kryptowährungen entweder mit einer frühen Investition oder mit dem richtigen Investment zur richtigen Zeit viel Geld verdienen kann. In einem der letzten Videos haben wir davon berichtet, dass besonders viele Kleinanleger, auch Shrimps genannt, sich gerade in Bitcoin einkaufen. Als Shrimps werden hierbei Anleger bezeichnet, welche unter einem Bitcoin in ihrem Portfolio halten. Heute legen wir unseren Fokus auf das andere Ende des Spektrums, nämlich auf die zehn reichsten Kryptohalter der Welt. Wer sind diese Kryptomilliardäre und wie sind sie zu ihrem Reichtum gekommen? Lasst es uns herausfinden. Und auch diese Woche gibt es wieder etwas zu gewinnen. Eine exklusive Jahresmitgliedschaft in unserer Akademie. Unter allen, die das Video bis zum Ende sehen, es liken und einen Kommentar abgeben, verlosen wir eine Jahresmitgliedschaft für die täglich Bitcoin- und Krypto-Akademie im Wert von 599 Euro. Die Gewinner geben wir nächsten Montag bekannt. Damit herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Denn du willst Geld mit Kryptowährungen verdienen und wir halten dich täglich über alle internationalen Analysen, News und Trends auf dem Laufenden. Klicke auf den Like-Button, um uns zu unterstützen und abonniere den Kanal, damit du täglich informiert bleibst. Da uns auch immer viele Fragen erreichen, wie du günstig Krypto traden und kaufen kannst, wollen wir dir eine gute Möglichkeit aufzeigen, um Gebühren zu sparen. Mit Atani kannst du auf 20 Börsen gleichzeitig traden und dadurch über 1500 Euro an Gebühren sparen. Den Link findest du in der Beschreibung. Während es in der Welt der Kryptowährungen nicht immer leicht ist, genaue Aussagen über die Höhe von Währungsbeständen von einzelnen Individuen zu treffen, wollen wir euch heute eine Liste der 10 reichsten, der Öffentlichkeit bekannten Kryptohaltern vorstellen. Da die jeweiligen Adressen, welche auf der Blockchain aufscheinen, nicht mit Klarnamen gekennzeichnet sind und auch sonst wenige Anhaltspunkte über die genaue Identität des Besitzers geben, ist es oft schwierig, ein Wallet einer Person direkt zuzuordnen. Viele große Investmentinstitutionen und Vermögensverwalter treten nach außen hin über eine einzige Adresse auf, was die Verfolgung einzelner Transaktionen in vielen Fällen nahezu unmöglich macht. In einer Zeit, in der beinahe jedes große Unternehmen und insbesondere Finanzinstitutionen Kryptowährungen auf die eine oder andere Art in ihren Bilanzen haben und selbst Investmentbanken wie Goldman Sachs die Bedeutung von Kryptowährungen als neue Anlageklasse nicht leugnen können, ist es wohl anzunehmen, dass die reichsten der Reichen es ihnen gleich tun. Wir werfen heute einen Blick auf Unternehmer, welche entweder Frühinvestoren waren, Erschaffer von Infrastrukturen der Kryptosphäre oder durch den Verkauf eigener Kryptowährungen im großen Stil von einem stark wachsenden Markt profitiert haben. Dann wollen wir euch mal nicht länger auf die Folter spannen und beginnen mit unserem ersten Kandidaten. Unsere ersten Kryptoreichen kommen aus dem Bereich der Früheinsteiger, welche durch rasches Erkennen des Potenzials von Blockchain-Technologie und somit ihre frühen Investitionen in Kryptowährungen Riesengewinne verzeichnen konnten. Nummer 1 – Die Winklevoss-Brüder Cameron und Tyler Winklevoss, welche für die meisten durch ihren Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg über das intellektuelle Eigentum von Facebook bekannt wurden, sind das erste Duo in unserer Liste. Für viele am bekanntesten durch ihre Rolle im Film The Social Network über die Gründung und den späteren Rechtsstreit von Facebook besitzen die Zwillinge und ehemaligen olympischen Ruderer jeweils ein Vermögen von schätzungsweise 3 Milliarden US-Dollar. Nachdem sie Mark Zuckerberg an der Harvard-Universität kennenlernten und nach rechtlichen Ungereimtheiten während der Entstehung von Facebook beide mit einer gerichtlichen Einigung von 65 Millionen US-Dollar das Projekt verließen, begannen sie bereits im Jahr 2012 mit der Investition in einen damals noch relativ unbekannten Bitcoin. Diese Investition ließ ihr Vermögen auf bis circa 3 Milliarden US-Dollar pro Kopf ansteigen. Neben der Bitcoin-Investition haben die Zwillinge auch die Kryptobörse Gemini ins Leben gerufen und die Auktionsplattform für digitale Kunst Nifty Gateway gekauft. Nummer 2 Michael Saylor Der CEO der Softwarefirma MicroStrategy machte und verlor während der ersten Dotcom-Pleite ein Vermögen. Saylor ist mittlerweile wieder 2,3 Milliarden US-Dollar wert, nachdem er Bitcoin vor dem Boom gekauft hatte, sowohl für sich selbst als auch für sein Unternehmen, was seinen Bestand erhöht. Saylor gewann zusätzlich an Popularität als die Person, welche Tesla anfangs dazu bewegt hatte, sich ebenfalls in Bitcoin einzukaufen. Nummer 3 Matthew Rojak Der langjährige Krypto-Evangelist entdeckte Bitcoin im Jahr 2011 und zählt somit ebenfalls zu einem der Frühinvestoren. Seine schnellen Investitionen in einen damals jungen Kryptomarkt werden heute auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Rojak ist aktuell Vorsitzender von Block, einem Blockchain-Infrastruktur Unternehmen und tritt als Investor von Krypto-Startups in der Startphase auf. Nummer 4 Tim Draper Im Jahr 2014 kaufte der Kapitalanleger aus dem Silicon Valley Bitcoin im Wert von 18,7 Millionen US-Dollar, welche zuvor von US-Marshals auf dem mittlerweile geschlossenen Darknet-Schwarzmarkt Silk Road beschlagnahmt worden waren. Berichten zufolge sind jene Coins jetzt 1,5 Milliarden Dollar wert. Von Früheinsteigern und Investoren zu Unternehmen, welche durch die Kreation von Netzwerken und genereller Infrastruktur für die Blockchain-Technologie zu ihrem Reichtum gekommen sind. Die Nachfrage nach Unternehmen, die virtuelle Währungstransaktionen ermöglichen, hat einige Gründer in kurzer Zeit zu Milliardären gemacht. Nummer 1 Sam Bankman-Fried Bankman-Fried ist in unserer Liste wohl der reichste Krypto-Reiche. Der 29-jährige MIT-Absolvent gründete das Handelsunternehmen Alameda Research sowie die beliebte Terminbörse FTX. Er machte im Jahr 2020 Schlagzeilen mit einer Spende von 5 Millionen US-Dollar an eine Organisation, welche Joe Bidens Präsidentschaftskampagne unterstützte. Mit einem geschätzten Vermögen von 8,7 Milliarden US-Dollar führt Sam Bankman-Fried unsere Liste mit großem Vorsprung an. Bevor es in diesem Video weitergeht, möchten wir dich auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen. Jeden Tag, an dem wir ein Video veröffentlichen, versenden wir einen Newsletter mit den Hintergrundinformationen zum Video. Darin teilen wir spannende Details und die eine oder andere weitere Insider-Information zu den Themen des Tages. Wenn auch du diese Insider-Informationen bekommen möchtest, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung einfach und kostenlos für den Newsletter eintragen. Nummer 2 Brian Armstrong Als nächsten Innovator haben wir Brian Armstrong. Das Vermögen des CEO und Mitbegründers von Coinbase hat sich im vergangenen Jahr inmitten des Booms am Kryptomarkt mehr als vervierfacht. Forbes zufolge hat Armstrong ein Vermögen von 6,5 Milliarden US-Dollar. Coinbase hat sich rasch als dominierende US-Kryptobörse etabliert und im vergangenen Jahr einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erwirtschaftet. Das Unternehmen machte erst vor ein paar Monaten Schlagzeilen, als Coinbase bei seinem IPO an den amerikanischen Börsenmarkt ging und konnte in den letzten Wochen wieder Kursanstiege verzeichnen. Nummer 3 Fred Ersam Ersam gründete 2012 zusammen mit Nummer 1 Kryptomilliardär Brian Armstrong Coinbase. Er verließ das Unternehmen jedoch 2017, blieb aber Vorstandsmitglied. Sein Unternehmensanteil von 6% hat heute einen geschätzten Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar. Nach dem Abwenden von Coinbase leitet er mittlerweile die kryptofokussierte Investmentfirma Paradigm. Nummer 4 Changpeng Zhao Dem Internet als CSET bekannt, ist der Gründer der Kryptobörse Binance kürzlich in den 3-Komma-Club zurückgekehrt. Eine Milliarde hat nämlich 3-Kommastellen bzw. Tausender-Trendzeichen. Der weltweite Anstieg des Kryptowährungsmarkts hat die Bewertung von Binance dermaßen erhöht, dass Zhao mit seinen geschätzten 30% an Anteilen am Unternehmen ein Vermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnen kann. Unsere dritte und letzte Kategorie der Kryptomilliardäre ist den Gründern von Kryptowährungen gewidmet. Während das Vermögen des anonymen Schöpfers von Bitcoin Satoshi Nakamoto unbekannt ist, waren andere Kryptowährungsgründer nicht so heimlich, da ein Großteil ihres Vermögens öffentlich in der Blockchain ersichtlich ist. 1. Chris Larsen Der Mitbegründer und Vorsitzende von Ripple vergrößerte sein Vermögen um 800 Millionen US-Dollar, als der XRP-Token seiner Firma an Wert gewann. Er hält aktuell über 3 Milliarden XRP-Coins und an die 17% der Anteile an Ripple Labs. Sein Vermögen wird hierbei auf ungefähr 3,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. 2. Jed McCaleb McCaleb McCaleb, ein weiterer Mitbegründer von Ripple, bezieht den Großteil seines Vermögens aus dem Besitz von 3,4 Milliarden XRP-Tokens. Er besitzt Berichten zufolge zusätzlich geschätzte 1 Milliarde Stellar-Lumen-Token. Jene Kryptowährung, welche er 2014 nach einem Streit mit seinem Ripple-Kollegen mitbegründet hatte. Sein Vermögen wird wiederum auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Obwohl es anhand der Natur von Blockchain-Technologie schwer zu sagen ist, wie viel genau eine Privatperson in ihrem Portfolio hält, gibt es einige Beispiele an Leuten, welche zu enormem Reichtum über Kryptowährungen gekommen sind. Von Investoren, Entwicklern und Erschaffern von Kryptowährungen hatten wir heute eine Handvoll superreicher in unserer Liste. Man muss natürlich anmerken, dass die Höhe der Vermögen oftmals direkt mit dem Marktwert der Währungen oder Unternehmen korreliert, in denen die jeweiligen Personen investiert sind oder Anteile halten. Es bleibt jedenfalls spannend, welche neuen Projekte wir in den nächsten Jahren beobachten können und welche neuen Gesichter unsere nächste Liste der superreichen Kryptohalter füllen. Welche der genannten Projekte und Firmen gefällt euch am besten? Seid ihr selbst in der Blockchain-Industrie tätig oder habt ihr es vielleicht noch vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir möchten dir eine Alternative zu diesem schnell reich werden Mindset anbieten. Nämlich anstatt vielleicht schnell etwas reicher zu werden, langsam mit Sicherheit richtig reich zu werden. Dabei geht es um mehr als nur den Wert des Portfolios. Es geht darum zu lernen, in Ruhe überlegte Investmententscheidungen treffen zu können und Krypto wirklich zu verstehen. Dafür haben wir die täglich Bitcoin und Krypto Akademie ins Leben gerufen. In der Akademie bringen wir dir bei, wie Bitcoin, Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie funktionieren, wie du Anfängerfehler vermeiden und dich vor Betrügern schützen kannst. Außerdem gehen wir richtig in die Tiefe rund um Themen wie dezentralisierte Finanzierung, technische Analyse, den Arten von Altcoin, der Blockchain-Technologie und vieles mehr. Für alle von euch, die anstatt etwas zu zocken wirklich verstehen möchten, wie Krypto funktioniert und tiefer in die Materie eintauchen wollen, ist das genau das Richtige. Aktuell haben wir ein besonderes Angebot. Alle, die sich für die Jahresmitgliedschaft entscheiden, sparen 40% im Vergleich zur monatlichen Mitgliedschaft. Hol dir dieses Angebot und profitiere von zahlreichen Expertenkursen in der täglich Bitcoin und Krypto Akademie. Zusätzlich sicherst du dir damit für 12 Monate den Zugang zur internen, exklusiven Telegram-Gruppe, wo du uns direkt deine Fragen stellen kannst. Wir sind mit Leidenschaft dabei und möchten auch dich für Krypto begeistern. Aus diesem Grund bekommst du von uns eine 14-Tage-Geld-zurück-Garantie. Melde dich also am besten direkt an, um noch von diesem einmaligen Angebot zu profitieren. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und denke an das Gewinnspiel. Unter allen, die das Video wie du jetzt zu Ende sehen, es liken und einen Kommentar abgeben, verlosen wir diese Woche eine Jahresmitgliedschaft für die täglich Bitcoin und Krypto Akademie im Wert von 599 Euro. Damit wollen wir uns bei euch bedanken. Die wöchentlichen Gewinner geben wir am nächsten Montag bekannt.